Wir übernehmen von Unternehmen in Österreich Computer und Notebooks, die nicht mehr gebraucht werden. Die sind gerade einmal drei bis vier Jahre alt, muss man dazu sagen. Diese Geräte werden von uns professionell aufbereitet und dann wieder zu sehr leistbaren Preisen und hochwertig weiterverkauft. Gebraucht ist bei uns nicht gleich gebraucht. Geräte werden bei uns mit sehr viel Zeitaufwand und sehr viel Professionalisierung und nach Standards aufbereitet. Wir verkaufen ausschließlich Business-Computer mit sehr hoher Qualität. Die werden grundsätzlich meistens mit den stärksten Prozessoren ausgeliefert und sind auch nach zwei, drei Jahren immer noch sehr wettbewerbsfähig. Wir haben sehr viele Kundengruppen, die sagen, das ist einfach eine gute Idee, ich muss nicht immer was Neues kaufen, aber Qualität will ich schon haben und anstatt hier etwas Neues, ein Neues Billiggerät zu kaufen, kann man hier ein drei bis vier Jahre altes, sehr gutes Gerät kaufen. Wir sind Microsoft Partner und müssen nach Standards arbeiten, was uns sicherlich klar unterscheidet von dem restlichen Gebrauchtmarkt. Es ist auch eine Mission, dass wir sagen, jedes Produkt, das wir verkaufen, ist ein Produkt, das weniger hergestellt werden musste und damit ersparen wir unseren Planeten einiges an Produktionsressourcen. Ich brauche ca. für die Produktion eines ganz normalen PC-Systems mit Notebook ca. eine Tonne an CO2 Emissionen. Ein einziges Gerät. Wenn ich die Lebensdauer hier verdopple, dann halbiere ich die Produktionsressourcen, die ich brauche, um normalerweise noch einmal ein Gerät zu machen. Also wir haben einen sehr großen ökologischen Hebel, den wir hier ansetzen. Viele Unternehmen in Österreich entsorgen ihre Geräte leider, nachdem sie in der Buchhaltung abgeschrieben wurden. Was diese Unternehmen oft nicht wissen, ist der große Restwert von diesen Geräten. Unternehmen haben den großen Vorteil, dass sie sich um nichts kümmern müssen bei der Computerentsorgung. Das Gerät wird bei uns grundgereinigt. Anschließend führen wir eine Datenlöschung durch. Die Datenvernichtung ist für Unternehmen eines der wichtigsten Punkte. Auch hier arbeiten wir mit professioneller Software. Firmen erhalten bei uns totale Sicherheit. Die IT-Altgeräteverwertung, wie wir sie professionell nennen, hat eigentlich den Sinn, dass Unternehmen hier positive Alternativen finden, ihre Geräte einen zweiten Leben zu verhelfen, anstatt das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes in die Tonne zu hauen, was sonst in Österreich bis jetzt fast die Regel ist.